Sind wir schon. Bei uns denken die Leute immer, wir sind wirklich getroffen. Bis bald. Bis bald, Winde. Prost. Es bringt dich dazu, definitiv über dich und deine Familie nachzudenken. Wir freuen uns wirklich sehr, dass zwei so große Schauspielerinnen nach Gelinde kommen. Caroline Eichhorn und Katrin Striebeck. Die kennt man ja aus dem Fernsehen nicht wegzudenken, denke ich mal. So kann man das, glaube ich, sagen. Und das seit Jahrzehnten bekannt. Was habe ich hier stehen bei Frau Eichhorn? Sörensen fängt Feuer, Tatort in unzähligen Rollen. Und auch bei Dark beim Streaming von Amazon Prime ganz groß. Und Amazon Prime, das ist ja auch Frau Striebeck mit die Discounter als Supermarktchefin ganz groß. Aber darüber hinaus natürlich auch noch You Are Wanted und der Fall Collini. Also sehr, sehr bekannte und große und ausgezeichnete Darstellerin. Wir freuen uns sehr, dass Sie nach Gelinde kommen und dann noch mit so einem spannenden Stück die Wodka-Gespräche. Es heißt ja immer, auf Trauerfeiern passieren die lustigsten Sachen. Ich habe da so Geschichten gehört, dass welche nach einer Trauerfeier in den Armen liegend und singend nach Hause gelaufen sind mit so einem wunderschönen Tag wie heute. Haben Sie sowas auch schon mal erlebt? Erleben tut man viel, aber das geht ja viel eher darum, was ist sozusagen Fiktion. Und unser Theaterabend ist ja eine Mischung aus, also es ist ja ein literarischer Text, der dann aber zur Wirklichkeit wird sozusagen für uns an dem Abend. Und die ZuschauerInnen tatsächlich die Möglichkeit gibt, dass sie, während sie uns angucken, mit Sicherheit darüber reflektieren, was in ihrem Leben ist unter Geschwistern oder was mit den Eltern ist oder was Erbschaft ist. Oder es gibt ja den Satz, sprecht ihr noch miteinander oder habt ihr schon geerbt? Und bei uns im Abend ist es halt so, dass man wirklich, also nicht nur wir auf der Bühne, sondern auch die Zuschauer wirklich an allen Emotionen einmal vorbeifahren. Und wirklich, es wird vieles betrachtet, aber auf sehr humorvolle Art und Weise, wobei das nicht das Ziel war, dass wir einen lustigen Abend machen. Aber es ist tatsächlich sehr lustig und es ist auch todtraurig. Man muss ihn angucken, um das zu verstehen. Ja, das ist ja, Sie sagen es gerade schon, ein sehr tragischer Fall oder tragischer Standpunkt eigentlich. Nämlich, Edda und Freya treffen sich nach der Beerdigung ihres Vaters in der Familienvilla und trinken Wodka. Das heißt, die versuchen jetzt erst mal mit der tragischen Geschichte, mit dem Tod des Vaters umzugehen. Oder wie würden Sie das kurz zusammenfassen, die Geschichte, um die es da eigentlich geht? Also ich würde sagen, Sie sind beide so in dem Alter, wie wir sind. Ich glaube, dass es nicht mehr tragisch ist, wenn dann der Vater stirbt, weil der Vater ist in dem Sinne tragisch, weil wie er aus dem Leben gegangen ist, aber dass er stirbt in dem Alter, glaube ich nicht, dass es für die beiden tragisch ist. Sie sind ja auch unglaublich unterschiedlich und haben diese Art des Wodka-Trinkens nicht. Also die eine zumindest hat es nicht so drauf wie die andere. Und deswegen ist es auch der Unterschied zwischen den beiden einfach so eklatant, dass man jetzt nicht sagen kann, die setzen sich da hin und trinken zusammen Wodka. Also sie sind, dazu muss es erst kommen. Die eine ist gewöhnt, die andere nicht. Naja, es geht tatsächlich darum, dass ein Verlust zu verkraften ist. Und in dem Moment, wo ein Mensch aus dem Leben scheidet, kommt natürlich die Erinnerung hoch. Und die Erinnerung beinhaltet dann eben auch die gesamte Kindheit oder das Aufwachsen. Die Erinnerung an die Mutter, an die Familiensituation und eben an das, die Frage, die große Frage, wer erbt das Haus, bleibt man in dem Haus, wer erbt sonst noch, was sind die Auseinandersetzungen und so. Durch diese vermeintlich kleine Familiengeschichte, wie so oft öffnet sich dann halt politisch auch, geht das in ganz andere Dimensionen und in ganz andere Abgründe. und die großen Lebensfragen über, was wollte man, wo ist man, wen liebt man, warum liebt man, liebt man überhaupt noch, was ist das Verhältnis zu eigenen Kindern, was ist das Verhältnis zwischen Schwestern, was ist das Verhältnis zu den Eltern oder zu dem Vater, wie unterschiedlich ist das Verhältnis der Frauen zu dem Vater gewesen oder was verbindet sie, was trennt sie, wo gibt es Ähnlichkeiten und so. Das ist ja auch einer der Auslöser oder einer der, ich habe das Stück leider noch nicht gesehen, deshalb bin ich ganz gespannt, aber ich habe in den Besprechungen darüber immer gelesen, es geht auch um das Erbe und beispielsweise, dass quasi nur noch die Familienvilla übrig ist und alles andere an finanziellen Sachen, wo das Finanzielle so an eine AfD-nahe Stiftung geht. Das birgt natürlich sehr viel Konfliktstoff, schätze ich mal, und ohne Konflikte wäre so ein Bühnenstück natürlich auch total unspannend. Wie würden Sie das denn da einordnen und sagen, dass Sie sich auch lieb haben auf der Bühne, falls man das so sagen kann, oder geht es da wirklich auch hart zur Sache, dass man da arg in Konflikt geht? Es geht alles, alles. Es ist alles vorhanden. Der Konflikt ist definitiv von Anfang da, weil sie eben auch so unterschiedlich sind, ist der Konflikt einfach vorausgegeben. Und es ist natürlich jetzt diese Aufhänger wegen der AfD-nahen Stiftung, das ist natürlich ein Moment in dem Stück, den man aufgreifen könnte. Aber die Frage ist, machen das die beiden Schwestern oder fahren sie die alteingesessenen Sachen weiter, wie sie gewohnt sind, miteinander umzugehen? Oder nehmen sie das Thema auf und reden über ein Thema oder reden sie nur über sich? Das ist halt die große Frage. Das wird dann irgendwann beantwortet, wenn man das Stück sieht. Ulrike Meinhof hat mal gesagt, Mutterschaft ist auch ein Politikum. Und insofern ist es alles politisch, worüber man sich auseinandersetzt, wenn man so will. Also wenn man jetzt nicht nur den AfD als Aufhänger nimmt. Aber das Tolle, warum es eben Schwestern sind und nicht Freundinnen oder nicht Schwägerinnen, ist ja der Unterschied zu allen anderen Konstellationen, ist ja, dass man als Geschwister trotzdem eine gemeinsame Geschichte hat. Und deswegen hat man auch durchaus einen gemeinsamen Humor. Und man kann sich Dinge um die Uhren schleudern. Und trotzdem kann man aus Nichts heraus wieder gemeinsam über dasselbe lachen. Und das macht es aus. Und warum wir Wodka gewählt haben, ist eben auch der Punkt, dass man mit Wodka sich auch wieder nüchtern trinken kann. Also dass wir sozusagen über den Abend hinaus die ganze Zeit trinken, aber dass es eben verschiedene Phasen gibt. Je nachdem, was einen gerade besonders interessiert, ob man auf einmal schlagartig wieder nüchtern ist und dann ist die andere dafür beschwipst oder betrunken. Also diese verschiedenen Stadien des Alkohol, Konsumskonsumsverbrauchs, Missbrauchs, Gebrauchs, Not, verändert sich auch immer wieder. Also das stelle ich mir beispielsweise als Nicht-Schauspieler total schwierig vor. Man leutet es ja manchmal an. Aber Sie wissen ja nicht, was im Glas drin ist. Darauf komme ich jetzt nämlich. Ja, kann ich auch nicht sagen. Weil volltrunken zu bespielen ist manchmal einfacher als so diese Zwischenphasen, kann ich mir vorstellen. Dass man so auf einem Weg ist und sagt, so jetzt werde ich langsam betrunken, dass man das so lange... Lassen Sie sich eines Besseren belehrt. Wenn Sie den Abend sehen, werden Sie eines Besseren belehrt. Also es geht auch leicht Übergänge. Es geht alles. Das Tolle ist eben, es geht tatsächlich alles und es geht mit diesem Abend auch alles. Und das ist der Grund, warum wir ihn auch schon seit vier Jahren immer noch gerne spielen, weil wir auch darauf achten, ihn nicht zu häufig zu spielen, weil wir selber uns auch aneinander freuen und überraschen wollen. Und das heißt nicht, dass wir improvisieren. Also der Text von Arne Nielsen ist der geschriebene Text. Der bleibt auch und der ist in Stein gemeißelt und der ist da. Aber wie wir aufeinander reagieren oder wie wir an dem jeweiligen Abend, was uns trifft, es ist ja natürlich auch eine Interaktion, sagen wir mal mit den Zuschauerinnen. Dass es eine Situation gibt, dass man natürlich auch, je nachdem wie das Publikum ist, worauf die reagieren, wie das ist, ist es auch ein Miteinander. Ja, und es ist vor allen Dingen nie gleich. Das ist eben auch der Punkt. Das ist nie gleich. Der Text, ja. Der Text ist immer gleich, klar, aber wir sind nie gleich, weil wir natürlich auch nie gleich sind als Mensch. Und wir freuen uns dann immer hinterher zu sagen, guck mal, das haben wir heute wieder anders gemacht, wie war es heute wieder und so. Das ist für uns auch immer jedes Mal neu. Erfrischt neu. Ja, aber muss man dafür trainieren, natürlich Leute beobachten, wie verschieden betrunken die sind? Macht man das im Freundes- und Bekanntenkreis oder improvisiert man da im Sinne von, wie stelle ich mir jetzt einen Betrunkenen vor? Wir stellen uns gar nichts vor, sondern das ist auch ein Missverständnis in dem Beruf. Man stellt sich ja nicht was vor, sondern man hat einen sehr guten Text und dieser Text macht was mit einem. Und in dem Moment, wo man sich in die Situation reinbegibt, passieren die Dinge auch. Und dann passiert auch mal das Lallen oder Nähnchen. Und natürlich haben wir auch Kotworte, wenn wir so denken, okay, jetzt ist man zu schnell zugesoffen geworden, dass man sagt, so trinkt man einen Schluck Wasser, trinkt man einen Schluck Wasser und wie auch immer. Aber das ist natürlich, kann man nicht beschreiben und manche Leute können es und manche nicht. Ich würde sagen, wir können das tatsächlich. Ich habe auch schon Schauspieler gesehen, die das gar nicht können. Bei uns denken die Leute immer, wir sind wirklich betrunken. Sie haben es gerade auch schon gesagt, es ist ein bisschen Gesellschaftskritik, es ist aber auch unterhaltsam. Wie erreicht mich das Stück im Sinne von, also was macht es mit mir, wenn ich das sehe? Was bewegt mich da vielleicht? Es bringt dich dazu, definitiv über dich und deine Familie nachzudenken. Und das kriegen wir immer wieder zu hören hinterher, wenn wir mit den Menschen sprechen, die sagen, das ist genau so wie bei mir und meiner Schwester. Und dann geht das Gespräch los oder eine andere sagt, das ist genau wie beim Vater und mir. Also es ist dadurch, dass wir ja alle Familie haben, ist es für jeden, für jeden genau interessant und genau wichtig, eben darüber nachzudenken, wie ist es bei mir in der Familie. Und jeder denkt darüber nach. Und die Leute kommen auch wieder, tatsächlich oft, kommen ein zweites und ein drittes Mal, weil sie eben dann Freunde mitbringen oder Geschwister mitbringen. Und es ist auch manchmal so, das haben wir auch schon öfter mal gehört, dass zum Beispiel, wenn jemand sagt, oder wir hören sogar aus dem Zuschauerraum so geflüstert, das ist genau so. Das ist genau wie er, die ist genau so. Oder dass man eben gesagt kriegt, erst dachte ich, voll, ich bin du und meine Schwester ist wie Karolin und so. Und dann habe ich aber doch, oh, 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 dann habe ich aber gemerkt, das ist ja doch nichts oder so. Also natürlich, jeder trägt alles in sich. Jeder Mensch trägt vieles in sich und so ist eben auch dieser Abend. Haben auch schon Menschen gesagt, dass sie ihr Testament überdacht haben oder so? Oder wie sie jetzt das Testament überhaupt schreiben, werden, damit Geschwister oder möglicherweise andere Familienmitglieder anders bedacht werden? Bestimmt. Bestimmt, aber das interessiert uns nicht. Hundertprozentig haben die das gemacht, dass sie eben gar nichts vererben. Sondern es stimmt. Ja, oder es gibt immer mehr, dass sie gesagt haben, sie fragen mal, solange der Vater oder die Mutter noch lebt, sie fragen mal, was da eigentlich geplant ist, weil man geht ja immer davon aus, dass hoffentlich die Eltern niemals im Leben sterben. Und wenn sie sterben, denkt man, na ja, das wird dann schon irgendwie geklärt sein. Aber dass es manchmal anders ausgeht, als man vermutet, da kommt man dann auch an dem Abend drauf. Sie stehen in ganz großen Sälen auf der Bühne, aber auch in kleinen. Das ist nur so ein kleiner Saal mit maximal 400 Personen. Was ist da spannender? So die ganz kleinen Säle oder denn doch die großen, wo 1.000, 1.500 Menschen drin sind, wenn man so ein Stück spielt? Für den Abend ist definitiv, sind die kleineren Räume angenehmer, wo man das Gefühl hat, es ist eine intimere Situation und dass man sich nicht so versenden muss. Also dass man es schafft, dass die Zuschauer bei einem sind, ohne dass man sich so entäußern muss. Aber klein ist ja natürlich relativ. Also was wir brauchen, ist eine große Leinwand. Ich hoffe, das haben Sie. Also ich würde mir auch vor 400 Menschen in die Hose machen, vor Aufregung. Wie ist das bei Ihnen? Sie stehen ja quasi jeden Abend irgendwo auf einer Bühne und vor Publikum. Wie nervös sind Sie denn da noch? Unterschiedlich, kann man nicht sagen. Aber wir haben ja uns, also bei dem Abend tatsächlich nicht, weil das eine andere Form von Abend ist. Weil wir uns so miteinander sind und alles, was passiert, passiert sozusagen, kann den Schwestern auch passieren. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch schon auch bei diesem Abend aufgeregt. Also es ist nicht so, dass es total nachgelassen hat. Ich bin schon auch aufgeregt. Aber das kann man nicht sagen. Es ist Tagesform. Es ist, wer ist da jetzt im Publikum drin, kennt man. Es ist, bei mir ist es besser, ist es anonymer, bin ich nicht so doll aufgeregt. Wenn ich Menschen drin habe, die mir viel wert sind, dann bin ich aufgeregter. Also es ist total unterschiedlich. Nein, man möchte dann, dass es denen gefällt. Manchmal, es gibt ja einen Unterschied, ob sich anscheißen für Angst, das kenne ich natürlich auch. Aber hier ist es eher so, dass man manchmal denkt, also heute zum Beispiel ist der Bierbichler drin, der hat das noch nie gesehen, der aber die Stimme des Vaters spricht. Und da sind wir schon, naja, hoffen wir, dass es ihm gefällt. Also immerhin hat er praktisch mitgemacht, ohne jetzt das Ergebnis jemals bis jetzt gesehen zu haben. Das stimmt. Ich bin echt gespannt, weil wir sagen, ja. Und was mich noch interessiert ist, bei Dark ist Caroline Eichhorn ja auch mehr so, das ist ja nicht Unterhaltung, das ist ja Spannung und Mystery. Und bei Discounter kann man improvisieren. Nein, Discounter, da merke ich gar nicht drüber. Dann habe ich so eine Windfalle, das ist ja nicht zu vergleichen. Ja, also wie kann man das vielleicht, wie gibt es da Anknüpfungspunkte zwischen Dark oder die Discounter? Gibt es da Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, da kann man vielleicht Leute noch abholen, die dann auch für das Stück Interesse zeigen könnten? Also insofern, ich glaube, die Leute kommen ja, weil sie dann vielleicht im besten Falle auch sehen wollen, was man anderes noch macht. Und es ist tatsächlich, das Stück ist toll. Also Anne Nielsen ist ja jetzt noch kein bekannter Theaterautor, aber es ist ein ganz tolles Stück, es ist ein toller Text. Und es ist jeder, der es dann gesehen hat, der vorher zum Beispiel dachte, ah, das sind so zwei Schauspielerinnen, die haben während Corona, haben die halt so ein Programm sich überlegt, sind sehr überrascht, dass das ein großer Abend tatsächlich ist. Und wir sind danach auch immer gerne bereit, noch mit den Zuschauern zu reden. Also wir trinken danach dann gerne ein echtes Gläschen, wenn jemand Lust hat, und reden darüber. Also wir bleiben dann auch in Glinde, nachdem wir dann die Bühne abgeräumt haben. Wir machen ja alles selber, aufbauen, abbauen, schminken, alles, alles uns. Es ist sozusagen ein Self-Made-Event. Das finde ich wunderbar. Und das ist auch, glaube ich, das Besondere, dass Sie zwei sich auch vorher schon gut kannten und jetzt zusammen auf der Bühne so eng und so oft immer im selben Stück stehen, dass man da sehr viel Vertrauen zueinander braucht und auch mit so kleinen Gesten schon sagen kann, so jetzt bremst dich mal ein bisschen. Da muss also eine sehr starkes Verbindung da sein, oder? Naja, das Bremsen tun wir nicht. Wir bremsen uns nicht aus. Genau das ist, glaube ich, das Vertrauen, was wir ineinander haben, dass man eben gar nicht jetzt sich das benennen muss, was die andere macht, sondern dass es im besten Fall immer muss halt reagieren darauf. Und ob einem das jetzt passt oder nicht, oder dann führt das halt in eine andere Richtung. Aber das ist das, das ist das, was für uns auch das Spannende, das Überraschende bleibt. Gibt es ein Ritual, das vor jeder Vorstellung sein muss, oder sind Sie da frei von Ritualen, wo Sie sagen, nee, komm, das machen wir so? Also bei dieser Vorstellung haben wir einige Rituale und die machen wir tatsächlich bei jeder Vorstellung. Ja. Ja. Die da wären. Sehr, sehr viel oder beziehungsweise gar nichts trinken, damit man nicht so viel aufs Klo muss. Wir essen vorher immer Nudeln mit Tomatensauce, damit wir einen, sozusagen, wie sagt man, nicht Vakuum, das Gegenteil, einen Aufschwamm hat, einen Schwamm im Bau hat, das Ganze aufnehmen, für zwei Liter jeder so ungefähr am Abend trinken und wir machen Körperübungen, körperliche Übungen, wir sprechen, wir schreien, wir singen, wir schminken und gegenseitig erzählen uns, wir machen technische Einrichtungen und das ist je nach Haus unterschiedlich. Manchmal brauchen wir nur eine Stunde, manchmal brauchen wir sechs Stunden und jetzt sind wir eben hier schon in Burghausen, in dem riesigen Saal an der Seite und müssen jetzt die technische Einrichtung machen für heute Abend. Dann will ich dabei nicht weiter stören. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Wir freuen uns sehr auf Gelinde. Wir freuen uns auf Gelinde. Es ist ja nicht mehr lang, Nidar. Ja, klar. Das ist der Vierter und wir sehen uns dann. Wir sehen uns auf Gelinde. Ja, wir freuen uns. Bis bald. Bis bald, Gelinde. Prost. Tschüss, tschüss. Tschüss.